Das ist die neueste Entwicklung, die wir allerdings schon seit ein paar Jahren verwendet. Das ist ein Drehweg-Aktiv-Modul, das wir bei jedem von unserem Aktiv-Lautsprecher einsetzen können. Und dadurch, dass wir ein digitales Lautsprechermanagement verwendet, können wir dem sagen, welchen Lautsprecher er jetzt ansteuern muss. Hier hat es drei Endstufen an je 200 Watt Ausgangsleistung. Höchste Qualität haben wir lang entwickelt, selber berechnet, selber zeichnet. Und der andere Stutz ist der Konstrukteur von diesen Chassis-Teilen, von diesen Layout-Print. Er hat alles selber gemacht. Und darum sind wir auch noch stolz, weil das funktioniert absolut einwandfrei und ist betriebssicher. Das ist ein kleiner Aktiv-Lautsprecher, der aber unglaubliche akustische Eigenschaften hat. Der geht so tief runter, so präzise, wie keiner von den Lautsprechern, die wir sonst hier haben. Wo viel Geld kostet. Durch Spezialkonstruktion vom Chassis, vom Tiefdöner und Mittelhochdöner sind sowieso ganz verrückte Produkte drin. Die sind aus Dänemark und die sind aus England. Und da… Untertitelung des ZDF, 2020